Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe wieder meinen Koffer voll Musik für euch. Und da steckt heute eine Bürste zum Stiefelputzen drin. Aber warum möchte ich denn jetzt meine Stiefel besonders gründlich sauber machen? Genau, weil bald Nikolaus Tag ist. Und da müssen die Stiefel natürlich glänzen, damit der Nikolaus auch möglichst was reintut. Und ich habe heute ein Lied für euch, mit dem wir den Nikolaus rufen wollen. Ich habe den Nikolaus noch nie gesehen, weil ich immer geschlafen habe in der Nacht. Aber ich stelle mir vor, dass er einen großen, schweren Sack dabei hat, wo er alle Geschenke drin hat. Und diesen Sack transportiert er über der Schulter. Und deshalb können wir beim Rufen Nikolaus, Nikolaus, unseren Sack über die Schulter werfen. Machen wir es mal zweimal. Nikolaus, Nikolaus, komm heute Nacht in unser Haus. Nikolaus, Nikolaus, komm in unser Haus. Und das kann man natürlich auch singen. Nikolaus, Nikolaus, komm heute Nacht in unser Haus. Und was wünschen wir uns vom Nikolaus? Na klar, dass er uns leckere Sachen bringt. Bring uns leckere Sachen, die uns Freude machen. Bring uns leckere Sachen, die uns Freude machen. Steck sie in die Stiefel rein. Wir wollen auch immer artig sein. Und jetzt rufen wir wieder den Nikolaus. Nikolaus, Nikolaus, komm heute Nacht in unser Haus. Nikolaus, Nikolaus, komm in unser Haus. Und das war schon das ganze Lied. Singen wir es nochmal am Stück alles hintereinander. Wir rufen den Nikolaus mit dem Sack. Dann bitten wir um die leckeren Sachen. Und dann rufen wir ihn wieder. Nikolaus, Nikolaus, komm heute Nacht in unser Haus. Nikolaus, Nikolaus, komm in unser Haus. Bring uns leckere Sachen, die uns Freude machen. Steck sie in die Stiefel rein. Wir wollen auch immer artig sein. Nikolaus, Nikolaus, komm heute Nacht in unser Haus. Nikolaus, 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 komm in unser Haus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stiefelputzen, einen schönen Nikolaustag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stiefelputzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stiefelputzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stiefelputzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stiefelputzen.